Hallo Freunde der Wissenschaft, hier ist wieder Christoph vom Entdecker Lab und heute geht es um die Frage, kann man ein Glas voll Wasser mit einem Blatt Papier wasserdicht abschließen? Das ist ein bekanntes Experiment, was ihr vielleicht schon kennt, aber wartet bis zum Schluss, da gibt es noch einen coolen Effekt. Ich habe hier mal ein Glas voll Wasser und ein Blatt Papier, hier so einen kleinen Notizzettel, lege ich da oben drauf und der Trick ist einfach Hand drauf, umkippen und loslassen. Wer das noch nie gesehen hat, es ist wirklich erstaunlich, es ist dicht, es kommt kein Wasser raus. Das Ganze geht natürlich nicht ewig gut, das Blatt wird jetzt langsam weich und macht dann irgendwann Platz, sodass die Luft rein kann in das Glas. Ja, warum ist das so? Warum funktioniert das so? Solange die Luft nicht in das Glas kann, kann das Wasser nicht raus. Warum nicht? Weil wir einen äußeren Luftdruck haben, der überall hier rundherum um uns ist und auch von unten gegen das Papier drückt. Und der Luftdruck ist höher als der hydrostatische Druck dieser Wassersäule in dem Glas. So einfach ist das. Sobald ich hier Luft rein lasse, indem ich das zum Beispiel hier so ein ganz bisschen runterschiebe, kommen Bläschen rein und platsch. Das Experiment ist natürlich ganz lustig, zum Beispiel auf dem Kindergeburtstag, auf dem Forschergeburtstag, wo man mal eine Challenge daraus machen kann. Wer kann das am längsten? Ist natürlich ideal im Sommer, wenn es heiß ist, dann wird das eine schöne Wasserschlacht. Das Gleiche nochmal mit dem höheren Glas und einem etwas stärkeren Papier. Das ist so eine Karteikarte, etwas kräftiger, die weicht nicht so schnell durch. Papier auflegen, Hand auflegen, umdrehen, loslassen und schauen, wie lange das gut geht. Nicht lang. Ich mache es nochmal. Neues Glas, Karteikarte drauf, umdrehen. Und jetzt pass mal auf, was ich mache. Wow! Wie geht das denn? Ja, das ist der Unterschied zwischen einem Experiment und einem Trick. Das ist ein Trickglas, ein Zauberglas. Da ist ein Deckel drauf, den kann ich hier oben drauf tun. Der verschließt das Glas, macht denselben Effekt wie vorhin. Nur, indem ich die Karte wegziehe, sieht das so aus, als fließt das Wasser da nicht raus. Ja, sowas kann man sich im Internet bestellen. Das Ganze heißt hydrostatisches Glas. Ja, wenn euch das gefällt, probiert es mal zu Hause aus. Wie gesagt, coole Idee für einen Forschergeburtstag. Und nächsten Sonntag gibt es ein neues Experiment. Schaut wieder zu und abonniert den Kanal. Tschüss!